So ein Naturschutzgebiet, hier darf ich dann noch nicht mal eine Drohne starten, aber ich habe ja meine Drohne hier. Naja, liegt nicht ganz so hoch. Morgen! Ups, Schnecken hat es hier. Weckofagni, wie viele Schnecken haben die denn? Hier muss man ja aufpassen, dass man da nicht drauf tritt, dass der ein reines Mieten fällt. Ach, guck mal, da ist das Wasser. Da vorne. Aufpassen, die Schnecken. Irgendwann erwischen die eine. Und dann lassen sie das klettern. Da können wir ja jetzt so reinspringen, ne? Ich habe da gar keine Badehose. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Dings ist hier. Guck mal, keine Badehose brauchen wir so weit. Weißt du Bescheid hier. Aber von da gesehen, bis auf die Ente da hinten ist hier sowieso nichts. Das da hinten ist Travemünde. Ja, haut mal ab. ? cionieren went sonn. ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020